Ich bin... I'm ready! Ihr auch? Und dann legt los! Komm! Und herzlich willkommen zum Teil 89. Ein kleines Päckchen wartet auf uns. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Ja, letzte Woche haben wir ja die Vorbereitung gemacht für den Hals und für den Nacken. Und diese Woche machen wir daran weiter. Ich werde jetzt als allererstes einmal aufschneiden. Zwei Plastikteile und Schrauben. Okay, also. Das ist einmal die Halspanzerung. Geht nachher so zusammen. Irgendwie. Wahrscheinlich so. Okay. Dann würde ich sagen, wir legen da mal los. Als allererstes brauchen wir das Verbindungsteil, das wir letzte Woche gemacht haben. Da kommen jetzt die GB-Schrauben rein. Wo wie? Ich geh erst mal das Messer weg hier. Ich kenn mich. Das sind die hier. Da brauchen wir zwei Stück. Die brauchen wir nachher gleich nochmal. Okay, also ich brauch dann einmal dieses Teil hier. Ja, und da kommt so rum das Verbindungsstück rein. Und so schrauben wir das hier auch fest. Okay, wir machen sowas. Moment, ich strehl die erstmal rein. Mensch, halt still. So, also nochmal. So rum. Da drauf. Das ist jetzt für so Fummelarbeit. Ich glaube, ich hab getropfen. Jawohl. So, und zweite Seite. Ja, war ja einfacher als gedacht. Ein bisschen schräg, aber okay. Kann ich nichts anderes machen. So, also jetzt haben wir hier die Vorrichtung für den Nacken, glaube ich, gemacht. So, und jetzt brauchen wir dieses Teil hier. Das kommt hier rein. Okay. Hab ich die Platte? Nee, geht ja nicht. Nee, geht. Ich check's gar nicht. Das so, so, so rum rein. Das hält ja nicht. Okay. Gut. Dann machen wir das andere Teil. Wir machen das so zusammen. Wenn's irgendwie geht. Und diese gezicke hier. So, und jetzt brauchen wir K.P. Schrauben. Das war ein Maufen. Hast du gesehen? So. Jetzt schrauben wir das hier fest. Okay. Heizbereich fertig. So, und jetzt brauchen wir den Torso. Seht ihr das überhaupt? Okay. Jetzt setzen wir das hier einfach ein. Oh mein Gott. Wer verheiratet denn das? Hä? Wer verheiratet denn das? Da kommt der Kopf drauf. Das ist er. Tadadada. Warum kann ich den Kopf nicht gleich aufsetzen? Ja, wir haben einen großen weiteren Schritt gemacht. Ich bin begeistert. Langsam ins Formen ab. Formen ab. Formen an. Schön. Schön, 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 schön. Ja, das war's mit dem Teil 89. Nächste Woche haben wir schon Teil 90. Es geht wirklich langsam dem Ende zu. Aber es sind immer noch 11 Wochen. Dann haben wir die 100 erreicht. Ich bin gespannt, was uns bis dahin alles noch erwartet. Ich hoffe langsam, dass wir ihn echt mal zusammenbauen. Und auch die anderen diese Hilfe, die wir da zusammengebaut haben, auch mal zum Einsatz kommt. Ja. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was nächste Woche zum Zusammenbauen drankommt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt beim Teil 90. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und dass ihr ja nicht den Teil 90 verpasst, aktiviert die Glocke. Nein, abonniert ihn vorerst meinen Kanal. Hack und zack, nochmal. Langsam. Lufthund. Damit ihr Teil 90 nicht verpasst, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Und damit ich mich freue, schreibt doch gerne einen Kommi. Und lasst mir ein Like nach oben da. Ja, ich mache jetzt Schluss. Ihr auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eure Marvin. Ciao, ciao. Bis dann. Skillshare, Servus. Absolut. Tschüssst! Ringsetil.